Salve du des Kibuli, des Kibulek und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMG. Diesmal habe ich einen speziellen Gast dabei und zwar die Lea & Mary. Oh, ich sehe gerade, wir sind im Partnerlob. Guck mal. Gerade bemerkt. Ja, gerade bemerkt. Ups, passt ja dasselbe an als ich. Oh mein Gott. Okay, und das heutige Thema, oder wolltest du noch mal sagen? Nein. Willst du dich mal vorstellen? Hallo. Ich denke, die meisten werden sie kennen, weil das hier mein Zweitkanal ist. Und auf meinem Hauptkanal haben wir ja schon mal einen Girlfriend Tag gemacht. Und du musst in die Kamera schauen. Keks. So. Und wir reden heute über das Thema Urlaub. Nein. Ah, ne. Über Jahreszeiten. Über Jahreszeiten. Ja, fast dasselbe, weil, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, im Sommer, ähm, Urlaub. Im Sommer. Ja. Ja. Im Winter auch. Ja, ich wollte gerade fragen, in welcher Jahreszeit machst du, also macht ihr in der Familie meistens Urlaub? Im Sommer, oder im Winter, oder im Herbst, oder im Frühling? Oder in irgendeiner anderen Jahreszeit, was es sonst noch so gibt? Also, im Herbst, in den Herbstferien. Da fahren wir nach Spanien. Okay. Und im Sommer ist es da zu warm. Ja, das ist klar. Aber, warum gerade im Herbst? Ist Herbst so euer, also dein Hass, äh, dein Hassjahreszeit? Ja. Also nicht Hassjahreszeit. Okay. Aber die Herbst- und die Osterferien sind halt nur zwei Wochen und da kriegt man halt zwei Wochen mal ein Stück frei und in den Sommerferien halt nicht länger als drei Wochen. Ja. Übrigens, du darfst ruhig so sprechen, wie du sprichst. Okay, gut. Und sehr gut. Und wenn man halt dann im Herbst wegfahrt, dann ist es bei uns halt meistens ziemlich kalt. Und dann halt kann man sich noch freuen, wenn man in die Sonne fährt. Und ich finde das eigentlich am besten. Nee, ich überleg gerade, ob ich dir einen Untertitel einfügen würde. Aber es ist noch endlich. Es ist noch erträglich, ja. Also wenn es dich aufregt, dann ist es schlimmer meistens. Dann ist es tief im Dialekt. Auf jeden Fall wollte ich dann nämlich fragen, was eigentlich deine Lieblingsjahreszeit ist von dir. Was willst du sagen? Winter. Winter? Ja. Ganz eindeutig Winter. Wieso Winter? Weil ich, ähm, den Winter einfach richtig mag, weil ich, weil ich, weil ich, weil ich nicht. Wieso magst du den Winter? Ich mag ihn. Ich mag den Winter, weil ich gern Skifahr. Ah ja. Und, also. Das kannst du auch im Sommer, wenn du irgendwo hinfährst. Nee, nee. Im Winter Skifahren ist toll. Vor allem mag ich es für Wester und Weihnachten. Und, und ich mag es, wenn es draußen kalt ist und wenn Schnee, wenn man Schneemann bauen kann. Oder halt einfach, wenn Schnee auf der Straße liegt oder so. Okay, alle Schnee sieht einfach richtig schön aus. Und, ich hab ja jetzt an und irgendwie, also ich hab ja jetzt an und irgendwie. Jetzt eher im Winter, Frühling, Geburtstag, März halt. Da ist es meistens immer noch ziemlich kalt. Und regnet. So wie dieses Jahr mit dem Geburtstag. Und das findest du schön? Das find ich toll. Okay. Also wenn es regnet. Aber es regnet ja auch im Herzen. Guck mal, Weihnachten ist doch toll. Das stimmt auch. Diese besinnliche Zeit. Lebkuchen essen. Tee trinken. Oh, Spekulatius. Kennt ihr Spekulatius? Oh ja. Das sind diese Kekse da, diese... Ich lieb die schon seit ich kleen bin. Kekse halt. Auf jeden Fall. Schmecken. Die esse ich am liebsten an Weihnachten. Also ich muss sagen, dass... Ich hab ja nicht so Lieblingssachen. Das weißt du aber auch. Aber... Ich finde, jede Jahreszeit hat was Tolles. Ich finde vor allem den Herbst, finde ich, eigentlich ziemlich cool. Weil es ist so cool, wenn es grad frisch geregnet hat. Ihr müsst euch vorstellen, ihr steht jetzt auf einer Straße, die bedeckt ist mit so rot-orangen Laub, wo da liegt. Und ihr habt den Duft in der Nase von... Wenn es frisch geregnet hat, weißt du? Und dann ähm... Fräulein. 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 Ähm... Ich... Ich... Ich täulich immer nur an. Ich mach so was und ich schlage. Und sie zuckt dann zusammen und ich schlage. Ne, auf jeden Fall finde ich ein Herz da. Für Spaziergänge und so. Für Bilder toll, ne? Ich finde... Auch, ja, Bilder. Und die Luft ist einfach so frisch. Keine Ahnung. Ich finde dieser... Aber beim Frühling dann auch so? Frühling... Ähm... Ja... Frühling ist halt so eine Sache, weil da kommen mir dann die ersten Pollen und... Ähm... Das blüht halt alles. Ne, ich hab keine Allergie. Aber ich finde, da... Frühling ist... Ist schön, wenn man nach dem Winter in den Frühling gekommen ist. Wie gesagt, ich finde jede war's... Ja, es hat halt was Schönes. Im Sommer ist es dann aber auch cool, weil es halt echt warm ist. Du kann... Also dieses Jahr halt nicht. Aber im normaler Sommer ist ja eigentlich warm. Wusste man auch nicht, ne? Ne. Auch unnützes Wissen. Ha. Im Sommer ist es dann halt... Da kannst du einfach rausgehen. So wie du auch drin bist. Du bist ein T-Shirt, gehst raus. Und es ist okay. Im Winter musst du dich halt immer so zupacken. Erstmal wie eine Zwiebelschicht. So... 10.000 Dinger anziehen. Das ist halt immer so ein bisschen nervig. Aber im Winter ist es halt auch schön, wenn du zu Hause bist. Schaust raus. Weihnachtsmarkt. Ähm... Auf den Weihnachtsmarkt. Es ist Schneid draußen. Ja. Du sitzt drin. In deiner Lieblingsecke kuschelst dich mit irgendeinem... Mensch, den du kennst. Äh... Und... Ähm... Genießt einfach die Spekulatien. Das Spekulatien... Das Spekulatius. Die Spekulatius so. Genau. Spekulatien. Ein Spekulatius, zwei Spekulatius. Du genießt den Spekulatius. Das Spekulatius-Gepäck. Ich genieß dich. Auf jeden Fall ist das der Winter. Und der Frühling ist aber auch cool. Also ich kann mich da echt nicht misslegen. Geburtstagabend, ne? Für jede Jahrzeit. Eigentlich müsstest du den Winter doch toll finden, weil du da Geburtstag hast. Du kannst verweiderten. Ich hab einen Herbstgeburtstag. Ich hab einen Herbstgeburtstag. Ich hab am letzten Herbsttag Geburtstag. Am 21.12. Und 2000... Ich war schon wegen 2000. 2012. Äh... Das war ein cooler Geburtstag. Auf jeden Fall ist am 22.12. Ist nämlich Winter angefangen. Und am 21.12. Ist noch der letzte Herbsttag. Ich hab nämlich bis vor drei Jahren noch gedacht, dass ich ein Winterkind bin. Aber eigentlich bin ich ein Herbstkind. Nein! Das hat mein Weltbild zerstört. Ich bin Frühlingskind. Du bist ein Frühlingskind? Ja. Gerade Frühling. Gerade so. Das heißt, es sind zwei Jahreszeiten zwischen uns quasi. Also eine Jahreszeit. Eine. Ja. Ja. Das ist doch cool. Auf jeden Fall. Ähm... Genau. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, aber guck mal. So jede Jahreszeit hat ja so auch ihren... ihre Symbole so. Ne? Im Frühling so der Osterhase. Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, ist doch so. Ist doch voll cool. Und was ist Sommer für eine Symbolik? Die Sonne? Titten. Die Sonne? Die Sonne? Der Strand? Die Sonne? Wusstet ihr, dass die Sonne im Winter näher an der Erde ist als im Sommer? Und trotzdem ist es kälter. Weil es nämlich etwas mit dem Winkel zu tun hat, wie die Sonnen dran auf die Erde kommen. Naja. Auf jeden Fall. Minder ist eigentlich die Sonne näher an der Erde. Aber egal. Was wollte ich gerade sagen? Das war es eigentlich schon weit zu weit im Video. Wir haben jetzt schon fast sieben Minuten, also sieben Minuten haben wir geredet und länger soll es auch nicht sein. Wow, wir reden sieben Minuten. Ich würde jetzt von euch noch gerne wissen, was ist eure Lieblingsjahreszeit? Und was macht ihr in eurer Lieblingsjahreszeit am liebsten? Schreibt das mal in die Kommentare. Was ist denn? Eure liebste Lieblingsbeschäftigung eurer Lieblingsjahreszeit. Okay. Gut. So viel dazu. Wolltest du noch etwas zum Abschluss sagen? Zum Thema Jahreszeiten. Jahreszeiten sind sehr wichtig. Jetzt kommt ja der Herbst. Im Sommer haben wir echt nicht viel. Und das heißt, wir wirst wieder in den Urlaub, weil Herbst ist. Nein. Ich mach nichts. Wir gehen spazieren im Herbst. Ich geh nicht in den Urlaub. Okay. Wir gehen aufs Oktoberfest. Ja, aufs Oktoberfest gehen wir demnächst. Und dann würde ich sagen, bis dann. Lasst ansonsten einen Daumen hoch da. Ich steh schon auf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Euer Raysteel.